Wenn wir uns bei dieser Wahrheitstafel noch einmal die Ergebnisspalte genau ansehen und im Vergleich dazu die drei Spalten mit den Wahrheitswerten für die Variablen a, b und c anschauen, dann fällt folgendes auf. Dort, wo in der Ergebnisspalte jeweils die Einsen stehen, dort haben wir hier vorne auch jeweils Einsen bei b oder bei c. Und dort, wo in der Ergebnisspalte eine Null ist, da haben wir auch bei b und c eine Null an dieser Stelle, ist das ebenso der Fall. Also kann man durch scharfes Hinsehen in diesem Fall direkt erkennen, dass das Ergebnis oder die kürzeste Form von dieser Wahrheitstafel folgendermaßen aussieht, b oder c. Und das war's schon mit dem scharfen Hinsehen.